Seit zwei Jahren bin ich in Deutschland und wegen dem Eslam bin ich hier gekommen und ich wollte alle Deutschen warnen, dass nehmen sie Eslam nicht so einfach, nehmen sie wirklich ernst. Der Macht, bin ich sicher, irgendwann, irgendwann der Macht, Deutschland, nicht nur Deutschland, sondern alle europäische Länder, zwei Magnete, können nicht miteinander, wie heißt es, zusammenbleiben, sie irgendwann werden gefunkt und große Feuer, kann ich sagen. Ich bin, seit 1400 Jahren ist der Eslam in Iran und wir sind mit unserer mentalität und den Stand den wir hatten, sind wir 6,000 Jahre zurück. Wir haben keine Rechte, die Frauen haben, wir haben unter 18 Jahren, keine Rechte mehr. Und wir haben, über 18 Jahre, keine Rechte mehr. Und wir haben, seit 14 Jahren, die Frauen ihre Rechte, keine Rechte mehr. Ich habe Angst und Bange gesehen, dass die Muslime nach Europa stürmen. Ich habe Angst und Bange gesehen, dass die Menschen in den Zeiten, als ich in Iran war, über 30 Jahre.